was ist schlecht das kann ich nicht mehr tot ja Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hab zwei Sculptor aus, Digga. Schmeckt. Fühl ich. Hallo? Du bist noch ganz kurz wach. Let's 쓸st nicht. Wie viele Arena. drain er zu папistisch? Achso, ja. ja also du hast ja aber also habe ich jetzt nicht geschrieben aber ich denke mir schon dass wir box oder so spielen werden hast du also auch noch bevor du in den urlaub gefahren bist du da so noch das free fortnetz und ihr mitgemacht okay ich habe gerade den skin bekommen dieser apfelkopf auf was spielst du sagen wir einfach so spielst auf controller und hast nur 60 fps eingestellt ach so egal okay ich stelle mir auch ich stelle mir auch bald ein zusammen also habe schon zusammengestellt kaufen nur noch irgendwie ich glaube nicht ich bin xbox ja ja dann muss ich mein game neu starten okay das wird gut Was ist das? Das war's. 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 Okay. Das war's. Um. Das war's. 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 Der kriegt jede Rollen! Der war 24... Einfach 4 Wochen durchgehend ohne Schlaf, ohne Essen, ohne Trinken. Ich hab nie eine Wall, ich hab da keine Chance. Wurde richtig stark gehittet. Kann mir grad nicht helfen. Chill-Crack? Ey, das ist seine Wall? Chill-Crack-White? Ich dachte, das wäre alles unser Abteil, aber das hier ist seine Wall, alles klar. Ich hab keine Flop, also Respawn bringt nix. Was ist das? Ja. Er kriegt Leben in 3 Sekunden. So, er hat wieder Leben. Ne, er hatte gar nix mehr. Er geiert auch schon auf Loot, aber da ist nix. Nix. Ja. Hab Wall. Aber das bleibt kurz im Player. Nice. 200. Alles gut. 200. Das ist ein geiler. Wie viele Erinnerpunkte hattest du in den letzten Season? Ja. 120. Zauber. Ja. Ja, er... Er finished. Er ist fisch. Er ist fisch. Er ist fisch. Ich habe meistens nur eine Chance gegen den anderen Konsolen-Player. Ja, ich habe wieder auch mal gar keiner. Bin jetzt ein bisschen in der Base. 50. Chill-Cracked. Der eine drängt mich ein. Ich komme. Chill-Cracked. Ja. Dead. Nice. Ist so. Eey, aber der eine ist echt nicht... Also, der ist richtig gut. Okay. Hat Wall. Er hat doch direkt eine Ramp rein geplaced. Ich komme. Hat eine Wall. Geh weg, geh weg. Ich regel. Ich habe nicht noch mal gehört. Gehen. Ah fuck. Nice. Findest du die neue Season eigentlich so geil? Same. Ich feiere sie so, also so richtig krass. Weil, guck mal, die alte Pump und so, das macht sie einfach schon alleine. Der hat ne Wall, ich hab sie auch wieder. Nein, nein. Ah, jetzt schon. Jetzt greift mich noch der andere an. Nein, 30er Hit nur. Ach, Mann. Ähm. Dann würde ich upcam. Ja. 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 Die spielen jetzt auch richtig anders, merkt man. Hit 100 200 Sorry, ich dachte, du wärst da auf Kader, da baue ich die Leute eigentlich immer wieder ein. Noch ein Hit, hat er? Ich hab gefinisht. Ich hab gefinisht, ich hab gefinisht, ich hab gefinisht. Nee, oder? Nee, haben sie nicht. 50? 100? Ich fühl mich noch kurz. Ich hätte 100 kassiert, aber ist wahrscheinlich wieder voll. Ich kann den Fisch nicht nehmen, das ist der neue Dings. Ach, Mann. Er kommt raus mit 200, ich geb ihm keinen Hit mehr. Ich kann den Fisch nicht nehmen. Geil. Ey lol, der stuttert ganz kurz auf K. Oh, schon wieder, er hat meine Wall. Ach, jonge. Ja. Geil. 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 ja der ist auf ja habe ich nicht aber er bewegt sich jetzt wieder 60 nicht so aggressiv warte ganz kurz ich hiel mich was hab wohl nach drei jahren nein vor allem ich ist es so lächerlich dass ich noch so low machen ich habe ihn also hunderter und ja 233 also er ist aber wieder fast ich habe keine chance gegen diesen schwarzen typen jungen also ich habe ja auch gerade relativ ich bin schon wieder gegen den schwarzen typen es war nicht meine ich muss mich hier so der ist on me hey 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 muss ich bewegen hallo weiß ich hab wohl endlich 100 80 nein ich bin gerade in der box von einem gewesen aber jetzt kann hundert geschüttet nein er ist schildkrack nice auseinander genommen der typ kommt von ich bin so eklig spielen so als ob sie grad spielen so eklig dann pick ich mich noch ja ich hab gar keiner er hat minus 100 also ich wollte ich wollte nicht tanzen aber eigentlich dachte ich jetzt ich verliere wieder weil er gefühlt alles wieder ihm gehört hat ich hatte null bock zu verlieren sorry können wir gleich machen von mir aus pickaxe ich hab jetzt erstmal mein ziel erfüllt und ihn so gekühlt jetzt schwarzer set ja oh mein gott die denken wir holen gerade auf dabei holen wir jetzt mal richtig gesehen auf weil wir immer jetzt zehn vorsprung hatten haben 50 schildkrack pickaxe ein pickaxe hit hä sorry zwei ah ah das ist dauerk das ist dauerk ja 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 das ist da also ich meine ich finde es irgendwie geil so also du ja auch aber ja 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 he ja 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 Nein. Soll ich tanzen, wenn ich ihn hole, vielleicht? Nein, 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 Junge, warum ist der denn so ausgewählt? Ich wollte nie da so tanzen, ich schwöre es, ich wollte immer so tanzen, einfach Arme schwingen, ja, ich hab ne Wall, 100, einer hat 100, der schwarze, ja, ja, 100 und noch ein AR-Hit. Soll ich aufhören zu tanzen? Soll ich aufhören zu tanzen? Ich hab gemerkt, beide sind on me gewesen, einer 100 gönnt sich Fisch und gönnt sich Finish. Ah, er trifft nicht! Ja doch. Er gönnt sich noch mal ein Fisch. Wenn du ihn jetzt holst, der größte Sch- äh, Schal, kannst du nix machen. Ja, das ist ja traurig gewesen. Aber es ist jetzt schon traurig, weil du noch einen geholt hast und die nur reingesplayt haben, am Ende. Ja. Ja. Ich versuche zehnmal ein und der bl Rock erased. Oh, der Controller. Geil. Ja. Danke. Oh, keine Wall. Oh, Nutt! Oh, nein! Er läuft durch meine Wall. Er trifft mich. Oh. Er kommt jetzt von der Seite, der Schwarze, wollte ich sagen. Er kommt von oben. Oh mein Gott, du nimmst die so hoch gerade, auch wenn du jetzt stirbst. Oh! Oh mein Gott! Hast du Earnings, du? Oh mein Gott, du hast sie so hoch genommen, Junge. Weil, also ich hab schon gegen Leute gespielt, die hatten Earnings und waren viel schlechter als du. Also, du könntest easy Earnings haben, ne? Stimmt im Endgame, denn, ja. Wenn du einen neuen PC hast, spielst du dann öfter Turniere so? Okay. Ich komme zu dir. Naja, okay, ich lass sie. Der wollte lieben oder so. Haha. Ja, ah ne, er ist geläftet. Haha. Lass mich mal entbloggen und mal sehen, ob ihr uns beleidigen wollt, oder nicht, okay? Ich blogge, ich entblogge. Hallo? Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Hallo? Okay, tschüss. Ja, tschüss. Ja. Tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss.